Ja, willkommen zurück zu Stardew Valley hier auf Pirates Playground. Ja, heute ist der 13. Frühling. Stimmt, Geld haben wir bekommen. Und wir haben heute das Eierfestival. Und da werden wir auf jeden Fall hingehen. Aber erstmal gucken wir uns den Wetterbericht an. Sehr schön. Ach komm, guck doch einfach Fernsehen. Okay, ich habe heute ein bisschen extra Glück. Sehr schön. Ah nein, schon wieder ein Brief. So, ich weiß, da ist sehr viel Steine rund um deine Farm. Ähm. Ja, sag mir nochmal, dass sie hier quasi was für uns auch bauen kann. Okay, wir brauchen 75 Steine und 1000 Gold. Dann bist du damit bereit. Und zwar für Brunnen. Okay. Ich glaube, das ist ein Brunnen. Ich... Ja. Die Brunnen sind halt einen besseren Platz, um die Gießkannen zu... 75 Steine und 1000 Goldstücke. Ja. Hallo. Die schläft noch. Lass ihn noch ein bisschen schlafen. Wir haben 41. Puh. Nein. Die bringe ich ja, Robin, zurück. 44 Gold. Äh, 44 Steine. Vielleicht machen wir das dann doch, oder? Dann lassen wir es mit dem Rucksack vielleicht doch erstmal sein. Der ist auch fast fertig. So, rein damit. Eier. Hier ist das Eierfestival. Heute ist das Eierfestival. Wir gehen aber jetzt erstmal zu Robin und wollen diese Axt loswerden. Also, die wollen mich aber heute ein bisschen ärgern, oder? Kommen wir da oben rum? Versuchen wir mal oben lang zu gehen. Da, schnappen wir uns das. Ne, ich glaube, das geht gar nicht, oder? Verdammt. Oh, nein. Also, das Glück uns ist echt nicht hold. Gut. Dann müssen wir gießen, wa? Dann müssen wir gießen. Hallo, Mietchen. Warte mal, das können wir sowieso alles mal verkaufen. Wenn es geht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, die Gießkane passt schon nicht mal rein. Vielleicht doch den Rucksack S holen. So, schlupp, schlupp, schlupp. Das da rein. Ne. Das nicht. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Die Gioide können wir aber nachher mal beim Schmied lassen. So, erstmal der Baum, tut mir leid. Der stört leider bei meinem Gießvorhaben. Und wir gehen gleich ein paar Steine klopfen. So. Schluppidi-dupp. Ähm, die Sense. So, wo ist die Gießkane? Da, auf sieben. So, der Baumstumpf. Jetzt hat das Eckfestival begonnen. Ja, du bist ja eine Schnarchnase. Das muss ich erstmal gießen. Dann gucken wir uns das Eckfestival mal an. Ich bin mal gespannt, was diese Brunnen ausrichten. Ich meine, ich kann ja auch zum Wasserloch laufen. So. Wir müssen, glaube ich, wieder ein paar Samen kaufen. So, hat geklappt. Super. Das soll ich vielleicht hier nochmal voll ein paar Snips machen mit dem Geld. Weil das ist ja eigentlich relativ schnell verdientes Geld. Sind relativ günstig, wachsen relativ schnell. Und jetzt gucken wir uns erstmal das Eckfestival an, weil wir haben schon fast zwei Stunden verpasst. Die Zeit geht auch viel zu schnell, muss ich sagen. Also. So. Ja. Super. Oh, toll. Hier ist alles... Ist das nervig. So, Shop. Was gibt's denn hier? Ja. Die nehmen wir doch mal mit, oder? Acht Tage brauchen die. Ein Plush Bunny. Den kann ich ihm aber leider nicht leisten, den Plush Bunny. Das können wir uns hier mal mit Leuten anfreunden. Wann beginnt das Eierjagen? Ich bin so aufgeregt. Ja, das frage ich mich auch. Ach, derje. Was ist denn hier los? Ah, das Eier suchen. Sehr schön. Oh, der hat Allergie. Der Arme. Sebastian. Okay, sie versuchen einen Eierwurf. Oh, der Majelöse ist relativ geschickt und schnell. Ach, schön. Das sieht wirklich schön aus hier, ne? Also, sie haben es auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Ah, sie folgt sich auf den Flower Dance. Also, auf den Blumentanz, obwohl das Eierfestival sehr schön für sie ist. Okay, er versucht mindestens drei Eier pro Tag zu essen. Ach, herrje. Das ist ja super. Der Winnie. Manchmal versteckt er Eier und keiner findet es. Oh, 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 oh. Ja, bis der Sommer kommt und die stinkenden Eier quasi dann... So, können wir hier reingehen? Das Eierfestival, das ist die Hauptattraktion heute. Dann haben wir hier Marlon. Auch mit seinem kaputten Bein will er niemals niemals ein Festival hier verpassen. Gut. Caroline. Ah. Abby liebt dieses Eiersuchen, seitdem sie ein kleines Kind ist. Und das ist Robin Eier. Ja. Ja, vor allem ist ein sehr, sehr arbeitsintensiver Monat oder Jahreszeit. Sie freut sich, einen Tag frei zu haben mit ihren Freunden. So, jetzt gucken wir mal hier. Ah, habe ich das gar nicht. So. Hallöchen, dich kenne ich auch. Pam. So, sie hat etwas in den Punsch getan. Okay. Das ist der Saloon-Typ, glaube ich, hier. Gast, genau. Ja. Er hofft, dass das Essen jedem schmeckt. Er hat seit ein paar Tagen gekocht, äh, ähm, gebraten Eier, gekochte Eier, poached Eier, deviled eggs, scrambled eggs, chocolate eggs, you name it, wie auch immer. Es gibt ganz viele Eiersorten, die er hat. Sehr schön. Eier in Senfsoße vielleicht oder russische Eier. Ich habe keine Ahnung. Clint. Wer ist das denn? Ist ja noch mehr Futter zum Essen. Kann ich auch mal was essen? Ich habe auch Hunger. Da sind die leckeren Eier. Und Schinken. Oh, lecker. Oh, bist du auch da, Linus? Er kommt extra wegen den Waldeiern und ich weiß noch nicht mehr, was das ist. Ist so ein Ärger aber auch. Wo ist denn die Uhrzeit hier? Na toll. Ich möchte... Geht das? Geht das? Geht das? Oh, wie süß. Das geht. Hallo. Hi, witzig. Ja, okay. Luis. Ne. Machen wir erst mal weiter hier. Noch ein bisschen mit allen Leuten. Marni, welcome to Egg Festival. Kompliments of wonderful Brawl of Hens. Ja, willkommen beim Eierfestival. Irgendwie. Die Steuerung kriege ich nicht hin. Leer. Hallöchen. Dieser Fruchtwunsch ist unheimlich, unüblich gut, unheimlich lecker. Da ist irgendwas drin. Ja, das haben wir schon festgestellt. Hier, mit denen haben wir schon geredet, oder? Alex. Er braucht das Protein für sein Bein. Da flirtet gerade mit dieser Dame hier. Hallo, Opa. George. Warum ist die da so glücklich hier? Hm. Eier. Warum ausgerechnet Eier? Das frage ich mich auch gerade. So, Evelyn. Das Festival hat eine lange Tradition, seitdem sie sich zurück ändern kann. Und diese Tradition, ja, die verknüpft halt die Zukunft und die Vergangenheit. Es ist sehr praktisch und toll. So, komm. Wir starten das Eiersuchen. Yeah, let's start it. Bin mal gespannt, ob ich auch Eier suchen kann und Eier fangen kann und Eier werfen darf und was auch immer ich hier machen soll. Okay. So, nun geht's los. Das Highlight des Tages und des Festivals. Die jährliche Frühlingseiersuche. Juhu. Ich kann mich nicht bewegen. Beruhigt euch, Kinder. Ihr braucht alle eure Energie, um die Eier zu finden und den exklusiven Preis zu erhalten. Super, ja. So, auf die Eier. Fertig. Los. Ist jeder bereit? Ja, sind wir. Auf geht's. Lass die Eiersuche beginnen. Okay. Bäh. Warum nicht so viel... Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie die Eier aussehen. Ach, da sind ja die Eier. Ach, die kann man ja gut erkennen. Ach Gott, das ist ja echt eine Zeitschinderei hier. Wo sind die ganzen Eier hin? Wo sind die Eier hin? Ja. Überall sind sie versteckt. Hier sind keine Eier. Da ist aber ein Ei. Ich komme nicht dran. Da ist ein Ei. Hier ist auch noch ein Ei. Äh, ich wollte das Ei... Äh. Ich wollte das Ei doch sammeln, Mensch. Und... Wow. Guckt euch all diese schönen Eier an. Aber nur ein Kind... Kann gewinnen und hat's... Ähm. Warte mal. Also, kein Kind hat so effektiv diesen... Ja, Müll. Eigentlich Müll, ne? Liter. Ähm. Ja. Okay. Wir haben auf jeden Fall den saubersten... Ich glaube, das statt jetzt immer nach diesem Eiersuchen. Witzig. Hahaha. Er hat einen Witz gemacht. Ich hab's nicht verstanden. Aber egal. Und, Achtung. Ich präsentiere euch den Gewinner von diesjährigem Eierfestival. Es ist... Baba Abigail. Äh. Warum? Enjoy it. Ja, dann Preis. Bitteschön. Was ist der Preis? Das war's. Eierfestival ist vorbei. Super. Äh. Wofür hab ich so viel Eier gesammelt? Du Eierkopf. Na toll. Na toll. Äh. Super. Kann ich hier noch die... Erdbeeren einpflanzen. Muss ich hier noch gießen jetzt? Hä? Hä? Habe ich jetzt ersoffen? Habe ich jetzt 300 Dollar ausgegeben? 300 Gold für nichts? Ah, das gibt echt ordentlich Kohle hier. Also, ich glaube, wir müssen mehr auf Erkundungstouren gehen. Ja. Kikeriki. Genau. So sehe ich das auch. Das sind die Erdbeerchen, ne? Jawohl. Den ersten Blumenkohl haben wir gesammelt. Hier haben wir ein bisschen... Passt die Nacke? Was haben wir da? Put... Ah, endlich die Kartoffeln! Endlich! Kartoffeln! Was lange wird... Wird gut. Ja. Eine Special Kartoffel haben wir hier. Aber das war's. Mehr können wir nicht ernten. Okay. Dann würde ich sagen... Hauen wir ein bisschen Stein. Ich glaube, 70 war gefordert. Warte mal. 44 haben wir jetzt hier. Ich bin nochmal faul und nutze hier die Truhe. Okay. So, Gießkanne machen wir gerade mal voll. Gießkanne! Ach, müssen wir eh nochmal gießen. Verdammt. Ich habe noch eine Kartoffel übersehen. So, der Plan ist vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Gemüse jetzt zu ernten. Und den Brunnen zu bauen. Oder mal gucken, was... Also, ich meine... Ja, gut, da haben wir halt... Ja, wohl, Tau ist natürlich... Ist viel Geld. Also, wir werden es investieren müssen, weil wir wollen ja auch schließlich weiterkommen. Aber ich frage mich, ob das jetzt zu früh schon nötig ist. Ob ich lieber das Geld investiere in... Lieber das Geld investiere in die Samen. Also, die Grundlage für meine... Farmeritis, Farmerei. Okay. Und dann...